Herzlich Willkommen auf dem Ralf-Mahr-Magazin. Die Zeit der Bundesliga-Saison läuft heute ab. Nach diesem Spieltag ist diese Saison beendet. Dann beginnt die Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Die werde ich auch tippen. Im Moment laufen ja schon die ganzen Transferbemühungen. Die, die wechseln wollen und sollen. Mal sehen, wie es nächste Saison für Borussia Mönchengladbach weitergeht. Mein heutiger Tipp VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach 0 zu 2. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.